Good luck. Die Höhle der Löwen. Diese Kandidaten hoffen, satte Löwen beißen nicht. Der Löwenhöhle ist fütterroh. Für mich ist nicht das Produkt der Star, sondern wir beiden. Und wenn die Löwen einmal auf den Geschmack gekommen sind... Das ist ja eine Gelddruckmaschine. ...wollen sie die ganze Portion. Ich würde das Angebot sofort akzeptieren. Ich werde jetzt etwas ungeduldig und ich möchte, dass sie sich jetzt für unser Angebot entscheiden. Ja oder nein, sonst bin ich raus. Die Höhle der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr.